Wir erklären euch das Spiel, die rasante Dino-Hallie. Hallo! In den Tiefen des Dschungels wartet ein waghalsiges Abenteuer auf uns. Die letzten Dinosaurier werden erforschen. Wir versuchen alle friedliebenden Dinos in der Dinosaurierforschungsstation in Sicherheit zu bringen. Bevor der Spinosaurus die Forschungsstation erreicht. Der Spinosaurus ist sogar eine echte Schleichfigur. Zieht der Spinosaurus auf oder über ein Spielplanfeld mit einem Dino-Plättchen oder einem Forscher, haben wir verloren. Schaffen wir es gemeinsam, die Colby-Brüderforscher und die Dinosaurier vor der riesigen Dorn-Echse in Sicherheit zu bringen? Ich fange an zu würfeln. Drei. Jetzt wählst du eine der offenliegenden Aktionskarten. Also Louis, Flynn, Max, den Joker oder den Spinosaurus. Ich nehme Flynn und gehe drei Felder mit ihm vor. Das Stegosaurier-Plättchen. Darf so ein Flins-Dino-Anhänger liegen? Ja, bei Flynn kannst du alle Dinosaurier-Arten sammeln und brauchst nur drei Dinosaurier im Gegensatz zu den anderen Dino-Anhängern. Die Flins-Aktionskarte drehe ich jetzt um. Eine Eins. Ich nehme am besten den Spinosaurus, oder? Ja, das ist gut, dann kommt er nicht so schnell zu uns. Die Dino-Aktionskarte müssen wir ja auch diese Runde umdrehen. Ich gehe mit dem Spinosaurus ein Plättchen von dem Wackelrand. Und jetzt musst du noch die Spinosaurus-Karte umdrehen. Eine Fünf. Dann nehme ich Louis und kann drei Dinosaurier einsammeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Stegosaurier-Plättchen und zwei Triceratops-Plättchen sammeln wir ein. Zum Glück kann ich den Louis Anhänger Stegosaurier und Triceratops retten. Ich drehe noch die Louis-Aktionskarte um. Zwei. Nimm am besten Max. Okay. Eins, zwei. Ich drehe noch die Max-Aktionskarte um. Super, eine Fünf. Es gibt nur noch den Forscher-Joker. Ich darf mir jetzt einen Forscher ausrufen, mit dem ich vorwärts gehe. Geh am besten mit Louis. So kannst du die passenden zwei Dinos einsammeln. Und sogar alle aus dem Anhänger in die Forschungsstation bringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Stegosaurier kann ich retten. Die ersten fünf Dinos sind jetzt vor dem Spinosaurus in Sicherheit. Gut, das ist noch den Forscher-Joker gab. Jetzt decken wir hier wieder alle Aktionskarten auf. Oh nein, Spinosaurus. Ich gehe ein Feld auf dem mit Dino Pfoten abdrückten markierten Weg vorwärts. Oh, jetzt wird es klappt. Jetzt los kann ich Spinosaurus wirfen in Aurora. Sonst haben wir verloren, bevor wir unsere Forscher und alle Dinos in Sicherheit gebracht haben. Ja, vier geschafft. Ich gehe mit Max in die Forschungsstation zurück. Eins, zwei und drei. Du hast die letzten beiden Brachiosaurier gerettet. Und wir haben das Spiel gemeinsam gewonnen. Tschüss! Wir haben das Spiel.